Wird das natürlich auch Vertriebsprozesse und Marketingprozesse straffen? Ja, ich sage mal, nur mal so Themen wie, du musst heute Online-Marketing aufsetzen, das gehört heute mit dazu, kein Mensch in der Logos, das geht heute alles mit Hilfe der KI. Du kannst die Texte für die E-Mails entwerfen lassen, du kannst die Creatives entwickeln lassen, die du für Social Media brauchst. Du kannst die Aufhänger, das kannst du heute alles vorentwickeln lassen. Und das dauert wenige Minuten, dann hast du, sagen wir mal, ein klassisches Social-Media-Programm für eine Woche geschrieben. Sogar mit Weichen, die entscheiden, bei LinkedIn muss das so aussehen, bei Insta eher so, bei TikTok eher so. Das sind unsere drei stärksten Kanäle. Das muss natürlich, kannst du nicht überall dasselbe posten, das muss derselbe Inhalt, aber anders aufbereitet sein, weil es für mich sind das Zeitungen. LinkedIn ist eine andere Zeitung als TikTok, weil sie andere Zielgruppen erreicht und eine andere Sprache spricht. Und da muss ich die Themen anders verpacken. Das kann heute alles die KI machen. Und da ist der Kampf den Werbetextern und den Kreativen sehr angesagt. die ...